Herzlich Willkommen zu einem neuen Planer-Video mit mir, Monja, und mit Angelika. Hallo! Und heute können wir uns wieder kaputt freuen, weil wir haben ein neues Planer-Buddy-Paket erhalten. Ja, ich meine, das macht meinen Tag auf jeden Fall schöner. Wenn so etwas in der Mail ist, ja, wann kommt die Post hier, so um eins rum, ist genau die richtige Zeit. Man hat so gerade, schreitet zum Mittagessen und dann kommt man wieder und hat ein Planer-Buddy-Paket. Ja, was gibt's Schöneres? Also genau so soll es sein, ja. Und dann haben wir dieses Paket noch nicht reingeguckt. Wir warten immer auf euch, damit ihr mitmachen könnt. Und ich habe hier nur schon mal die Laschen aufgemacht und jetzt schauen wir mal rein, ja? Ja. Das Paket ist übrigens von Bettina. Bettina, Bettina, Bettina. Ja, Bettina. Bettina, vielen, vielen Dank. Das ist aus Deutschland, deswegen heute kriegt ihr das Planer-Video wirklich auf Deutsch. Und wenn ich mal das Englische verfalle, dann einfach nur damit alle englischen Freunde auch mit teilhaben können an unserem Planer-Buddy-Club-Video. Ja. Oh. Oh, da geht's schon los. Oh, guck mal, wie schön mit Engelchen, Washi mit Engelchen. Ist das nicht toll? Kannst du fassen, dass wir noch nicht ein einziges Washi-Tape für Weihnachten haben? Ja, jetzt schon. Ja. Ja, ihr Lieben, wenn ihr mitmachen wollt, wir brauchen Weihnachtssachen. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Und dazu gehören bestimmt Washi. Die sind richtig schön viel. In Gold. In goldenen Washi-Tape. Wunderbar. Eulen. Schöne, um an den Planer zu machen. Super geil. Noch mehr Washi-Tape mit Ananas. Schön. Sehr schön. Die passen auch sehr toll zu der Kollektion, zu unserer Kollektion. Du weißt, welche ich meine? Noch nicht. Ach so, der Indian Summer-Collektion. Ja, wunderbar. Ja, genau. Also, man macht das ja schon mal im Kopf, ob man irgendwas Passendes hat. Oder ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber ich habe immer schon, überlege ich schon, wo kann ich das Ganze wieder verwerten. Oh, ja. Das sind meine. Natürlich. Ja, also, es ist nicht so, dass ich nicht mit euch tauschen möchte. Aber wenn hier so schöne Sachen ankommen, dann kann ich manchmal halt auch einfach nicht widerstehen, das für meine eigene. Okay, also bekomme ich mit ein. Ja, ja, ja. Welchen? Welchen? Wir müssen uns darüber noch unterhalten. Wir können ja auch halbe, halbe machen. Ja. Die sind wirklich wunderschön. Haftnotizen. Richtig schön in einem hellblau. Wunderbar. Puffi-Sticker. Super geil. Oh, ja. Ja, richtig. Mal ein bisschen erhöht. Ich mag die hier sehr. Für meine Kirschmarmelade oder Erdbeermarmelade. Also, Kirschmarmelade und Erdbeermarmelade. Seltsam. Also, und hier haben wir so ein paar Bubbles, so richtig so schön mit Watercolor, also mit Wasserfarben, einfach so hingeplatscht. Das ist super, weil das ist immer so praktisch für die Deko im Planer. Über die Woche, dann hat man alles eingeklebt und dann muss man überall so klitzekleine Sachen noch hinklingen. Super dafür geeinigt. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Vintage. Schön. Schön. Sehr schön. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Schaut mal. Oh. Ja. Und schon. Danke. Ja, nee, also, wenn ihr mitmacht bei unserem Planer Buddy Cup, ihr habt die Chance, sowas zu erhalten. Ja, also ihr habt sie, aber manchmal halt auch nicht, wenn das so besonders schön ist. Also, ja, also wir behühen uns. Also, das könnte in eurem Paket drinstecken, weil wir wollen ja tauschen. Wir wollen ja, dass alle daran teilhaben, was wir aus der ganzen Welt an Planer Buddy Sachen kriegen. Also, we get things from everywhere in the world and these things we exchange with you. You can, whether you subscribe to our Planer Buddy Club and pay an amount and you get an exclusive collection every month. And, um, with the exclusive collection you get a lot of stickers and washy tapes and whatever we get here, for example, samples, you know, whatever we get. And, um, yeah, sometimes, uh, yeah, we put that in the Planer Buddy Package, but, um, we also put our exclusive collection in there. So, ja, ihr Deutschen wisst das wahrscheinlich alle schon, nur die exklusive Kollektion ist im Planer Buddy Club Paket und natürlich auch, ähm, alles, was wir so von euch von überall auf der Welt her bekommen. Und wir bekommen was schöne Sachen, ja? Also, was meinst du? Oh, ja. Ja, also auch wieder so richtig, ja, was schönes. Pamukkine und Pamukkine. Ja, genau, habt ihr unser Halloween-Video gesehen, da ist es drin, das ist was für dich, ne, mit den Rezept-Videos, ja, die kann man dann auch mal einplanen. Oh, ja, oh, ja, danke. Warum gebe ich eigentlich hier Ideen? Also, lasst uns doch mal einfach wissen, was ihr damit so vorhättet, ja, ob ihr Lust habt mitzumachen, ähm, hier auch wieder so Speech-Problem. Das ist auch was für mich, guck mal. Ja, sag, Bettina, Bettina, wie kannst du mir das antun? Also, ja, also, ihr seht, ein richtig schönes Planner-Buddy-Packet. This is a wonderful Planner-Buddy-Packet. Ja, with everything in it, we, we need, yeah, we definitely need. Oh, ja. Ja, also, wir brauchen das auch selber, ja. Ähm, aber wie gesagt, ihr habt die Chance, auch was abzubekommen von all den schönen Sachen, die wir hier liegen haben, wenn ihr bei uns mitmacht. Tragt euch entweder in den Planner-Buddy-Club ein, könnt ihr euch, könnt ihr einfach, ne, dann braucht ihr uns nichts schicken, oder ihr möchtet mit uns tauschen, das könnt ihr auch machen, und dann packt Angelika wunderschöne Päckchen für euch. Was ist denn da so drin? Zum Beispiel haben wir ganz tolle Sachen, ich glaube, dieses ist aus Amerika. Ja, genau. Ähm, ja, falls wir uns entschließen können, dieses abzugeben, aber das ist eigentlich schon eine beschlossene Sache, dass es in das nächste Päckchen kommt, dass es wunderschön und verschiedene Washes, ob es jetzt gerade diese sind, kann ich noch nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen, oder auch Sticky Notes, und hier sind noch andere Sticky Notes, oder vielleicht auch Hello Kitty, falls Monja sich bereit erklärt, das abzugeben. Ich glaube nicht, nein, 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 ich habe hier noch, hier, das ist auch etwas Hübsches, ich habe, ähm, das ist ein Duftstift, ja. Tatsächlich? Ja, ja, der ist meiner, ne, ich meine, ist klar. Hier ist noch von Herr Bettina ein Stift dabei gewesen, auch so ein richtig schöner Gelstift. Wo noch ich denn? Nee, das ist ein Pen, einfach. Ja, das sind so verschiedene Früchte, die, also, ja, ihr habt die Chance. Blaubeer, Blaubeer. Blaubeer, okay. Ihr habt die Chance, all das zu bekommen. Liebe Leute, macht mit, wir freuen uns auf euch. Egal, ob ihr euch eintragt, oder einfach, ähm, mit uns tauscht. Wir freuen uns auf eure Pakete, ähm, wir freuen uns darauf, die mit euch zu entpacken. Gebt uns einen Daumen hoch fürs Video vielleicht. Ähm, schaut euch die Links unter dem Video an, einfach auf mehr Anzeigen klicken. Und dann, ja, kommt bei uns vorbei, auf der Webseite. Ganz oben auf der Webseite steht PlanerBuddyClub. Klickt da drauf, da steht alles, was ihr wissen müsst. Macht einfach mit. We are happy to meet you. We are happy to get your package. Just come over to our website, simplelifestories.net. Um, under the video, click on show more. And you will find, uh, the link to the PlanerBuddyClub. And then, just jump over, click there. Have a look, what we offer, or what we can exchange with you. So, uh, subscribe to the list. Yeah, subscribe, please. And then, exchange your packet with us. Or, yeah, subscribe to the PlanerBuddyClub. So, see you next video. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss von mir, Monja und Angelika. Tschüss. Tschüss.